Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Outer Public Imperialer Agent bzw. Scharfer 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 Scharfschütze Woohoo! 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 Ja, was machen wir diese Folge? Ich habe mir vorgenommen einmal Sektion X zu spielen den ganzen anderen Rest, wenn ihr den sehen wollt, die Dailies, die habe ich euch ja schon mal gezeigt Oricon habe ich auf jeden Fall vor, noch zu machen das schreibe ich aber erst nach Kapitel 14, weil das kommt ja am Freitag würde ich sagen, fangen wir auch an Ok, da sind wir nun auf Sektion X Oh, 52, 60 Ach, das ist eine Modifikation, okay, die wollte ich jetzt nicht zeigen Oricon, die haben wir schon Oricon, aber das werden wir vom Schiff aus annehmen Wird sie sonst noch irgendwas für hier machen können, für gewöhnliche Datenkristalle Können wir kurz gucken, was wir kaufen können Ich finde irgendwie scheiße, dass hier 65er Kram ist, dass es ein 50er Planet ist Oder verkauft der jetzt hier anderes 65 Das finde ich irgendwie scheiße Der Logistikminister sorgt dafür, dass die Kriegsanstrengungen ausreichend unterstützt werden Wollt ihr auch die Munition ansehen? Das finde ich eigentlich ziemlich blöd Dann nehmen wir die ersten Quests an Und zwar die nicht Oh, hier gibt es einen Ruf Nämlich die Säge Wenn ihr Bei der Oma dabei sein wollt, ich nehme jetzt extra mal die wöchentliche mit an Äh, dann müsst ihr es nur sagen Ich habe jetzt noch einen Rufhändler Was gibt es hier so? Ja, kann ich mir ja schon viel leisten, ne? Das ist doch das Bauplan So Das ist Oricon Das ist doch die A2 Okay, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an Dadurch, dass ich auch noch die Zugangsberechtigung hierfür jetzt gekauft habe Kann ich ja hier sowieso So oft hin, wie ich will Also auch außerhalb des Abonents Das hat das Shad wegstört Einführungsquests habe ich jetzt auf der Flotte nicht gefunden Ich habe jetzt aber wirklich, um ehrlich zu sein, nicht lange danach gesucht Ich werde einmal Den zweiten Raum noch einmal ganz abgefahren Also Den mittleren Teil Die Hauptebene Sagen wir es mal so So, hier haben wir schon die erste Quest Ich habe die Quest noch nie gemacht Das war schon mal gesehen, aber noch nie gemacht Wie kann ich auch nicht genau sagen Was man jetzt hier machen muss Erstmal spiele ich wieder total schlecht Da ist schon was perfekt Was brauche ich jetzt davon? Zehn Stück Ja, der steht Soll ich ihn mal wieder tweaken mit? Einfach mal so Okay, 50 52 Zwei Level überlevelt Zwei Level höher als die Gegner Sag das so Wenn ihr euch übrigens fragt, warum ich meine Stimme so komisch klingt, das liegt nämlich an einer Allergie Äh, soll ich darüber was erzählen? Denn ich habe eine Allergie gegen Gras Nein, also nicht gegen normales Gras, natürlich nicht Sondern gegen hohes Gras, wenn ihr wisst, was ich meine Das ist grobe Gras mit den Blüten dran Ich weiß nicht, ob ihr das kennt Und das habe ich eine Allergie Da, das ist halt, davon gibt es ja ziemlich viel in der Schule Wo ich bin Und das ist halt das große Problem Deswegen Wundert euch nicht Wenn ich übrigens auch nochmal mit dem Charakter Marco-Fan was und Suchdruhede machen soll Dann schreibt mir da auch einfach Obwohl ich das nicht glaube, dass man das hier mit dem Charakter nochmal sehen muss Wenn ihr das sehen wollt, davon habe ich schon mal Videos gemacht mit meinem Main-Shar Mit Really Man Beim Main-Shar Warte, hat der auch sowas? Der hat nämlich kein Ding mehr dabei Das ist auch so ein Hilfensviel Wo war ich jetzt gerade bei der Allergie Der hat auch sowas, obwohl es nicht angezeigt wird Komisch Aber scheiß ich die Gegner denn bestimmt auch noch was Das wird hier, wo wird das hier nicht angezeigt, dass der das hat? Das wird uns immer angezeigt Ich wähle den hier Okay, zwei Gegner brauche ich noch Ziehen die da oben auch? Na, ich würde es nicht ausprobieren Was ist das denn? Ich finde das schön Ah ja Ich weiß nicht, was Achso, wir kriegen auch noch so eine Teile raus Scheiße Jetzt muss ich die Gegner besiegen Die können sich heilen WTH Wo können sie sich heilen? Oder war das Treak jetzt irgendwie irgendwie gerade das für Back angezeigt? Ne, hier steht Treak Komisch Jetzt sollten wir gleich vier bekommen Ist das jetzt Abgabe? Ne, ist keine Abgabe anscheinend Dann machen wir doch erstmal diese Quest zu Ende Oh Gott, wir sind wieder bei fünf Minuten und ich hab nicht mal überhaupt was gemacht Oh fuck Das war nicht gut Oh, hier ist eine Phase Oh, da komme ich gerade nicht rein Weil ich sie ist rot Also hier muss ich auch nicht rein Vielleicht wäre es trüger gewesen, weil ich erst ja Ich weiß ja nicht, ob ich hier für eine andere Quest nochmal hin muss Gibt es da irgendwie eine Bonus oder irgendwie sowas? Oder Muss ich jetzt in die Phase rein? Ah, jetzt muss ich in die Phase rein Gruppenphase Oh Gott, muss ich sie jetzt besiegen? Geht ja, geht aber nicht Achso Ich muss erst mal infizieren Das mag die Bestie wohl nicht Wie ich sie infiziert habe Und jetzt müssen wir abgeben Okay Oh, ich hab noch keine Kiste geöffnet Aber ich hab hier keine Frachtrampe Scheiße Dann öffne ich die zum Ende der Folge Oh, ich hab echt keine Kiste Du musst wieder Kisten holen Oh, ich hab keine Kisten Ich hab keine Kisten Das tut mir so unendlich leid Oh Gott, ich muss wieder ein paar Kisten holen Ey, scheiße Ich hab jetzt aber keine Frachtrampe hier Oder gibt es hier eine? Ne, hier ist keine Oh, ich war doch gerade auf der Flotte Ich bin schon ein paar Kisten rausholen können Aber nein Die Riedige LP Vergiss es natürlich Ja, Frauen nur denken halt Äh, nein, ich hab nichts gesagt Äh, scheiße Ich bin hier gefangen Nein Hey, warum zieh ich die nicht? Ich zieh normalerweise jeden Scheißgegner Und das ist hier so fucking dunkel Ich seh gar nichts Ich muss sagen, die Questband blenden nicht mal aus Weil die stört mich Oh Gott Muss ich da rein? Ne, ist rot Sieht irgendwie so grün aus Das ist aber wieder auch so ein typisches Frauen Merkbar, nein Ich will jetzt hier nicht irgendwie nachtragend zu Frauen sein Das heißt nur irgendwie Ja, ach Jetzt dacke ich in dem scheiß Felsen drin Ich komme da nicht hoch Hier ist noch ein Ding, die wir sind mal besiegen Zerspettet das Gefängnis Oh Gott, ey Oh Gott, ey Da merkt man übrigens auch, dass ich diese Queste zuerst mal erst mal erst mal Ah, hier haben wir eine Bonus Kriegt ihr mir irgendwas? Auserfahrungspunkte? Ja, Crills Die Mission kann wiederholt werden Was ich mir jetzt frage ist Könnte ich die Quest noch wiederholen, wenn ich jetzt theoretisch diese Mission zu der sie gehört Aufgeben würde Und dann Wieder rein Oh, furchtwachen Aufmischer Du hast hier einen furchtwachen Insektion Nichts besiegt Daran sieht man auch wieder, dass ich das noch nicht gemacht habe Die Kondom, die Säurefolge Achso Zehnfeindliche Spieler werde ich eh nie machen Was, furchtzahn? Wo sind denn diese ganzen Scheißbosse? Und ich werde sie eh nicht besiegen Deswegen ist es mir eigentlich egal Ho Irgendeinen bescheuerten Witz Weil das fette Mehl witzet mir nicht mehr ein Die ganze Zeit hatte ich den im Kopf Ich würde sagen, eine Quest machen wir jetzt noch Sonst habe ich ja gar nichts gemacht, diese Folge Sonst habe ich ja eine Quest gemacht und fertig Das tut Ich habe 791.000 Das liegt daran, dass ich ein bisschen Schrott verkauft habe Und man jetzt mag Ach, das ist nur so ein Scheiß-Tank, geil Fick dich Ich will besser, ich will diese Explosionsfässer haben Und nicht diese Scheiß-Einfrierfässer, die eh keiner braucht Ich glaube, keiner mag diese Fässer Ich mag sie auch nicht So, zack Hier haben wir die kostenlose Granate werfen Ach, fick dich Ich hasse Gegner, die stunnen können Oh, fuck, klinge ich scheiße, ey Ich wächst jetzt schon Ich werde es eh nicht besiegen, weil ich das Video nämlich eh nicht gucke Und lass mal gucken, ich will es mir schon an Das Kisten-Video zum Beispiel haben wir schon angeschaut So, jetzt werden wir es mal weitermachen Den hier einsammeln Oh, wie viel Loot ist denn hier? Wie viele Credits sind die bitte drin? Ich habe noch eine verschlossene Kiste, aber die bringt mir aber hier nichts Ich brauche eine offene Komm, ich brauche jetzt nicht noch diese zwei Gegner zu Ende Dann brauche ich mir eine Kiste raus Ich habe gesagt, ich hole mehrere Kisten gleich ins Inventar Ich habe nicht jede Folge wieder zurückdrehen müssen Ich habe mir doch extra so viel Inventarplatz gekauft Ich habe so viele Credits dafür geopfert Und nutze sie einfach nicht So, ihr noch Die haben irgendwie über 100.000 bestimmt schon mindestens auszugeben Warte, wie viel kostet das nächste? 100.000 Ja, ich habe mir nicht schon 100.000 aufwischen Scheiße auszugeben Aber man kann es sogar schaffen, dass Free-to-Play, glaube ich, sogar Direkt fünf Leisten zu machen und nicht nur vier Ich glaube, wenn man sich das erste erweitert Die kann man sich ja mit Credits kaufen Danach nicht, dass man sich die ankauft Und durch das bevorzugte Freunde-Paket dann noch eine freischaltet Dann müsste man eigentlich fünf haben oder geht das nicht? Das würde mich jetzt mal interessieren Das gehen würde Die würde sich dann ja auch einfach lohnen Das dann für alle für Credits zu kaufen Und die letzte dann einfach mit der Freischaltung Das bevorzugte Freunde-Paket Zu holen, wenn man das natürlich hat Ich habe es ja wegen Vielleicht, das war ich jetzt damals mal Hat jemand mal gemacht, aber Kommt mal zu 2 mit der Furchtwache Stimmt, die durch 20 Kilometer oder sowas Ne, 10 Furchtwache Das habe ich doch gerade eben schon gehabt Oder bin ich Ah ne, 10 Furchtwürte Ich muss schon sagen Ich habe jetzt schon Alzheimer Frei die Gefangenen Ja, das werden wir mal erst später machen Erstmal geht es in meine Festung So, dann gehen wir mal zur Frachtrampe hin Und holen wir jetzt ein paar Kisten raus Hier übrigens In der Kistenfolge verschenke ich Ich bin jetzt auch noch den Gleiter Ähm Nutze ich mal ein paar Die ganze Reihe mit Dann tue ich das mal hier so rein Der Rest kann ich verkaufen Moment, eine Sekunde Das muss kurz warten So, jetzt Nein, jetzt Genau So, dann gucken wir doch mal Ah, Energieklingen Bayonet Mittlere Einflussgewinde Waffe toll Stiefel des letzten aufstandenen Botschaftlers Okay Okay Okay, Kiste Jetzt Kiste Homework des letzten amerikanischen Inquisitors Und kein Einflussgewinn Scheiß Was ich nicht eigentlich auch Post haben? Ich habe mir doch bestimmt Sachen geschickt Ah ja Bisschen komischerweise hier nicht angezeigt Ich war durch die ganzen Ja, jetzt ist mir plötzlich angezeigt, wenn ich da drauf klicke Ich verstehe es nicht Bug Wars The O2 Public Bug Wars The O2 Public Das neue Spiel Jetzt zum Kauf Jetzt zum Vorverkauf sichern Nur heute Nur bei Real Okay, ich lasse es Ja Und hier beende ich jetzt die Folge In der nächsten Folge Dann sehen wir es dann auf Sektion X wieder Ja Kann ich noch eins sagen Ja Natürlich würde es mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert Und da kann ich noch eins sagen Und zwar Ciao Ciao